Wunderschön! Guten Morgen meine lieben Muzza! Wie geht es euch? Ich hoffe euch geht es gut. Guck mal was ich mit meinem Pickel gemacht habe. Geht klar. Komm, ist in Ordnung. Gestern war ja eine Katastrophe. Wie haben wir das jetzt gemacht? Durch Leons Empfehlungen habe ich mir dann diese Creme besorgt. Habe ich erst mal rauf gemacht und dann ist das schon so ein bisschen ausgetrocknet und dann hat ihn ein aufgedrückter und dann habe ich die Creme auch über Nacht noch mal rauf gemacht und das ist das Ergebnis. Ich weiß jetzt nicht wie lange ich hier auf der Autobahn bin, aber von Anfang an stehe ich hier schon. Ich bin rauf gefahren und man steht im Stau. Aber wisst ihr was? Scheißegal, man kann eh nichts dran ändern. Im Büro angekommen. Hier ist Full House. Stefan, unser Produktentwickler ist am Start. Er sorgt dafür, dass unser neues Clear Isolat... Wann kommt das nochmal raus Stefan? Am Sonntag. Diesen Sonntag, ne? Diesen Sonntag. Da shooten wir jetzt was. Wir basteln uns hier ein paar Soft-Getränke. Und guck mal hier, Joshua ist auch am Start. Er sagt bloß mal Hallo. Du wirst mich an den einen Künstler. Kennst du diesen Künstler, Lockenkopf? Wie heißt er jetzt? Ross. Kennst du Ross? Ne? Der malt die geilsten Bilder mit seinem Bart. Dann haben wir noch dazu... Cedric ist auch am Start. Dann haben wir die gute Chiara. Ja, hab ich fast verwechselt mit Chiara. Hab ich Ärger bekommen hier. Und Kameramann Paul ist am Start. Head of Empogy muss hier mal heute aushelfen. Muss das Ganze mal hier in die richtige Richtung leiten. Hier das Ganze mal. So. Leute, das Clear Isolat, das ist so geil. Das ist tatsächlich wie ein Soft-Getränk. Das heißt, wer keine Lust mehr auf Whey hat, was richtig wie so ein Milchshake ist, ja dann... Jetzt könnt ihr nämlich sehen, wie klar das Ganze mittlerweile ist. Zu Anfang ist das nur ein bisschen trüb. Und jetzt ist das wirklich Clear sozusagen. Guck mal hier. Da. Ultra lecker, Leute. Das wird richtig cool. Bin echt gespannt. So, das hier ist der liebe Pascal. Der ein oder andere hat den gestern im Vlog kennengelernt. Und ihr kennt ihn noch gar nicht in den Storys, denn er hat gestern das neue Video geschnitten auf meinem Vlog-Kanal. Und ja, er macht sich ganz gut. Er kann nicht nur Videos cutten, sondern auch... Moin, meine lieben Bootser, was geht? Ich bin's wieder, euer Pascal. Pascal ist nämlich auch Sprecher und der hat eine echt gute Stimme und den werdet ihr hier in Zukunft öfter sehen. Deswegen guckt euch das Video an, klickt drauf und viel Spaß damit. Cedric ist voll im Wettkampfmodus. Er hat auch bald... Cedric, im Wettkampf... Erstmal, guck mal hier. In 10 Tagen schon, guck dir das an. 19 Tagen. 19 Tagen? Rico ist nächste Woche und ich bin an den Zoller. Ja, geil. Mal hier. Genau. Zeig mal Rücken. Oh ja. Das wäre geil. Oh ja, da. Geil. Noch einmal die Apps. Komm, paar Sekunden haben wir noch. Zack. Geil. Ich konnte es einfach nicht lassen. Ich musste noch ein paar Schritte sammeln. Ich meine, ich hätte noch 5,5 Stunden nach Hause fahren.